So, treibt es bei Einzel, kommen zurück bei Game of Thrones, äh, na, Veltil, Siris geben, was auch immer. It's over. Tschüssi. Sie ist nie in der Farben, wo abt. Sie ist nie in der Farben, wo abt. Sie liebte zu meinem Gesicht und meinte meine Justiz. Dann sehen wir, wer das Wort ist, die Wahrheit. Ah, da, 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 da. Wir sind in der Rechte, Lord Whitehill. Erinnern Sie das. Er wird, was wird er, sich dran erinnern. So, Errungenschaft träge ich halt in Tiffany's. Ihr Sohn hat gut gemacht, meine Frau. Er hat seine Wut, während Lord Whitehill hat seine Temperatur verloren. Ein kleiner Mann hätte sich verraten, aber Ethan hier hat sich auf die Grund. So was war noch unnotig. Also, Mira ist die Beste. Die Beste. Lady Marjorie. Oh, mit wem ist die jetzt noch verheiratet? Mit dem Alten? Oh, lala. Äh, Eisenholzkiste. Hm, na gut. So, was haben wir da? Einen Brief. Wir lesen ihn. Na gut, mal sehen, ob wir sie wie... Ach, nein. Warte mal. Deine Mutter lebt noch. Mira. Mein Vater ist ja jetzt tot. Asher sendet mir diese Koffein, um ihn zu erinnern. Was ein verrücktes Ort, Essos. Mal am Morgulis. Schau mal. Ethan hat das für mich gemacht. Hand geschnitzt. Das ist jetzt nur aufgemalt, der Baum. So, ist das jetzt die letzte? Äh, ja, das sieht fast so aus. Hopp. It was very kind of Lady Marjorie, to give this to me. It once belonged to Lady Elena. Lady Olana. Lady Olana war die Oma von Marjorie, oder? Die Chofri da ein bisschen... Mein gegeben hat. Und da... Hm? Achso, ich kann noch weiter rüber hier. Ops. Ja. Die geht immer von der Seite ran. So. Na, was gibt's da? In deinem Hexenkessel. Oh, hier ist noch... Was? Kommt hier noch mehr? Oh, da kommt das Letzte raus. Hopp, hopp, hopp. Oh, wo ist Y? Hier. Wunders made by man. By Lomas Longstrider. Ein Gift von Roderick. Ich hoffe, sie alle in einem Tag sehen. Oh, Laugenbruder von uns. Wir lesen hier noch... Oh, da sagt Mutti. Ich muss mich sogar fragen, das von euch. Aber du musst an Frau Marjorie antworten, um auf unserer Seite zu intervenieren. Sie ist unsere beste Hoffnung. Und sie kann ein körperlicher Alli sein. Besonders jetzt, wenn eure Familie so intensiv braucht, ihre Hilfe. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht beschädigen. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht beschädigen. Ich kann später zurückkommen, wenn du möchtest. Nein, es ist okay. Komm rein. Und Spion. Für wen spionierst du? Für die Königin, oder? Ich begleite dich, Frau Marjorie, aber... ... bist du okay? Wenn du mir nicht interessiert hast, ... du siehst ziemlich erschrocken. Ich bin gut. Ich bin gut, danke dir. Natürlich, Frau Marjorie. Ich mach meinen Hexenkessel voll. Bitte schau, wenn du es kannst. Frau Marjorie wird hier im Moment. Natürlich, Frau Marjorie. Ach, das ist doch cool, Mann. Deshalb sieht ja so schwarz aus. Ich bin vielleicht falsch. Aber es scheint, wie du es machst. Ich bin ihre Handmaiden. Das ist das, was ich dachte. Ich habe dich mit ihr gesehen. Oder... Du siehst, wie gute Freunde. Ich habe eine Frau Marjorie gesehen. Ich habe eine Frau Marjorie gesehen, außerhalb des Räufs, mit der Königin Cersei gesprochen. Cersei? Sie sehen, dass sie eine Art Begründung haben. Ich konnte nicht viel, aber... Warum sagst du mir das? Ich habe sie gehört, über Haus Forrester und... Haus Forrester? Ja. Mein Haus. Mein Block. Meine Straße, mein Wald. Ich hoffe, dass du nicht in any kind of trouble bist. Die meisten Leute sind nicht in einem Kohlbein. Nicht in King's Landing, mit so vielen Herren und Herren. Kohlenjunge. Habe ich in der Serie jemals ein Stückchen Kohle gesehen? Good night, my lady. Außer vielleicht beim Schmied. Stecken da mal Baumstämme in die... Öfen... Ah. Hey. Ah, reden wir mal eine Runde. Aber vielleicht kann ich jetzt... Pause, ähm, machen. Was? From the day you arrived in Highgarden, I thought of you more as a friend than as my Handmaiden. A dear friend in fact. Thank you, my lady. And you know how I feel about what's happened to your family. I feel your pain as if it were my own. What you've suffered is beyond imagination. And your poor family as well. I need your help, my lady. Of course. And I will help you in any way I can. But there's another matter we must attend to first. You must understand there are limits to what I can say. Especially here in King's Landing, now that I am to be Queen. To have a Handmaiden from the North, whose family fought for Robb Stark. Yeah. It raises questions at a time I can use the food. Cersei herself cornered me this morning in the Royal Sept. Hi. She mentioned the northern girl in my service and she painted you a traitor. She painted you a traitor. She was very pleased with herself. Bin ich nicht. I'm not a traitor. Of course not. It's only an excuse to torment you She demands an audience. She wants an apology of some sort. For what I don't know. But she's waiting for us now. And I promised I would bring you to her. I wouldn't ask this of you if it were not important. I cannot afford any conflict with Cersei with the wedding so near. And you are yours. I don't know. I don't know how long this chapter is going to go. I'll take a pause. And say goodbye and goodbye. See you next time. �